Danny Schönemann und Willys Family Band haben in der pulsierenden Stadt Los Angeles gemeinsam zwei bemerkenswerte Musikvideos produziert. Danny Schönemann, bekannt für seine zahlreichen Aufenthalte in Los Angeles, bringt nicht nur tiefgreifendes Wissen über die Stadt mit, sondern kennt auch die optimalen Drehorte für unvergessliche Musikvideos. Willys Family Band, überzeugt von Dannys Expertise, hat sich ohne zu zögern auf dieses Abenteuer eingelassen. Mit Hingabe und Leidenschaft haben sie ihre beiden Songs in der vibrierenden Atmosphäre von L.A. zum Leben erweckt, unterstützt von Dannys unergetzlichen Know-how und seiner Liebe zur Musik. Die Reise geht weiter auf der Costa Pacifica. Einem Schiff, das mit seinen beeindruckenden Dimensionen 13 Bars, einem großzügigen Wellnessbereich von 6000 Quadratmetern und einem Theater, das fast 1500 Zuschauer fasst, für Unterhaltung und Erholung auf höchstem Niveau steht. Dieses schwimmende Meisterwerk der Gastfreundschaft, organisiert von Marty Reisen, bietet den perfekten Rahmen für die nächste Phase ihres kreativen Schaffens. Danny Schönemann wird auf dem Kreuzfahrtschiff nicht nur als Videofilmer, sondern auch als Sänger auftreten. Zünd die Sterne an, damit der Himmel leuchten kann. Natürlich wird die Family Band die in Los Angeles aufgenommenen Songs auch zum Besten geben. Leo Lavine aus Franken zählt ebenfalls zu den Künstlern, der für Unterhaltung an Bord sorgt. Die gesamte Besatzung und Gäste blicken voller Vorfreude auf die unvergessliche Reise mit der Costa Pacifica nach Malaga, die Insel Madeira und Barcelona, wo die Verschmelzung von Musik und Meer in einzigartigen Momenten festgehalten wird.